Neben der Steuer ist für Selbstständige und Gründer das ganze Thema Krankenversicherung ein unglaublich wichtiges Thema und auf diesem Kanal meiner Meinung nach noch vollkommen unterrepräsentiert. Und deswegen schauen wir uns in diesem Video mal genau an, was du als Selbstständiger über die Krankenversicherung wissen solltest. Das Wichtigste vorab, als Selbstständiger gibt es keine Verpflichtung, in der gesetzlichen Krankenversicherung zu sein. Das heißt, vollkommen unabhängig von deinem Einkommen kannst du dich auch jederzeit in einer privaten Krankenversicherung versichern. Aber schauen wir uns als erstes einmal die gesetzliche Krankenversicherung an. Wie bei Angestellten auch basieren deine Beitragszahlungen für die Krankenversicherung auf deinem Einkommen. Als Selbstständiger also vor allem auf den Gewinn aus deiner selbstständigen Tätigkeit, aber auch z.B. aus Vermietungseinkünften, Kapitaleinkünften usw. Der große Unterschied von Selbstständigen und Angestellten bei der Krankenversicherung ist, du hast keinen Arbeitgeber und hast dementsprechend auch niemanden, der den Arbeitgeberanteil übernehmen könnte. Das bedeutet, dass du als Selbstständiger immer den vollständigen Satz selber bezahlen musst. Und dadurch fühlt sich die Belastung der Krankenversicherung für Selbstständige auch immer viel, viel höher an als für Angestellte. Es gibt hier eine kleine Ausnahme für Künstler, denn die Künstlersozialkasse ist eine Einrichtung, die dir die Hälfte deiner Krankenversicherungsbeiträge abnimmt. Das ganze Thema Künstlersozialkasse möchte ich hier nicht aufmachen, dazu kommt in Kürze ein Video. Abonniere also unbedingt den Kanal, wenn du solche Videos auch in Zukunft nicht verpassen möchtest. Da sind einige spannende Videos noch in der Pipeline. Hier an dieser Stelle ist es nur wichtig, für Künstler gibt es eine Ausnahmeregelung, und zwar die Künstlersozialkasse. Und diese Künstlersozialkasse zahlt ein Teil deiner Krankenversicherungsbeiträge. Für alle anderen Selbstständigen gilt das nicht. Das heißt, alle anderen Selbstständigen müssen den vollständigen Satz zur Krankenversicherung selber aus eigener Tasche bezahlen. Doch wie hoch ist eigentlich dieser Beitragssatz? Dieser Beitragssatz setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Und ich würde mal sagen, der Basisbeitrag sind erst einmal 14 %. Das heißt, 14 % von deinem Einkommen zahlst du an die Krankenversicherung. Bei diesen 14 % ist dann allerdings noch kein Krankengeld dabei. Krankengeld ist das Geld, was du bekommst, wenn du länger als 6 Wochen krank bist. Das ist bei Angestellten auch so. Innerhalb der ersten 6 Wochen gibt es eine Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber, und danach springt dann die Krankenkasse ein und zahlt dir Krankengeld. Das Ganze bekommst du aber nicht, wenn du 14 % zahlst, sondern dann müsstest du nur noch 0,6 % zusätzlich zahlen. Das heißt, da erhöht sich dann schon einmal der Krankenkassenbeitrag auf 14,6 %, wenn du nach diesen 6 Wochen Krankengeld bekommen möchtest. Wenn du das nicht zahlst, bekommst du halt kein Krankengeld. Das heißt, diese 0,6 % sind optional für dich. Was aber nicht optional für dich ist, ist der Zusatzbeitrag. Jede Krankenkasse hat die Möglichkeit, noch einen Zusatzbeitrag zu erheben, und das machen auch alle Krankenkassen. Im Durchschnitt liegt der 2024 bei 1,7 %. Das heißt, insgesamt zahlt man in Deutschland im Durchschnitt zumindest 16,3 % für die Krankenversicherung. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, dieser Zusatzbeitrag für die Krankenkasse, der variiert von Krankenkasse zu Krankenkasse. Das heißt, da lohnt es sich durchaus mal von Zeit zu Zeit zu schauen, ob man da vielleicht deutlich über diesen 1,7 % ist. Es gibt z.B. auch Krankenversicherungen, die nehmen nur 1 % und durch einen Wechsel der Krankenkasse könntest du da tatsächlich an Beiträgen sparen. Und mit diesem Prozentsatz kannst du denn deine Krankenversicherungsbeiträge berechnen. Aber es gibt da noch 2 Grenzen, die du kennen solltest. Und zwar schauen wir als erstes mal den Mindestbeitrag an. Es gibt bei der Krankenversicherung tatsächlich einen Mindestbeitrag. Das ist ganz anders als bei der Steuer. Bei der Einkommensteuer ist es ja so, dass du einen Grundfreibetrag hast von ungefähr 12.000 €. Das heißt, du kannst ungefähr 1.000 € im Monat verdienen, bevor du überhaupt Einkommensteuer zahlen musst. Weil der Gesetzgeber hat sich da überlegt, naja, die Leute verdienen nicht so viel, also können wir denen jetzt noch nicht Steuern extra wegnehmen. Bei der Krankenversicherung ist das anders. Die Krankenversicherung startet erst ab einem Einkommen, also Gewinn von 1.178,33 €. Das heißt, die Krankenversicherung geht immer davon aus, dass du mindestens 1.178 € pro Monat Gewinn machst. Wenn du weniger Gewinn machst, dann wird deine Krankenversicherung trotzdem anhand dieser 1.178 € berechnet. Meiner persönlichen Meinung ist das ein absolutes Unding. Das gibt es nämlich bei Angestellten nicht. Wenn du als Angestellter in Teilzeit beispielsweise nur 600 € im Monat verdienst, dann zahlst du deine Krankenversicherungsbeiträge nur auf diese 600 € und nicht auf irgendwelche fiktiven ausgedachten Einkommenszahlen. Gibt es bei Selbstständigen nicht. Und ehrlicherweise müssen wir hier schon fast glücklich sein, weil dieser Mindestbeitragssatz, der war vor einigen Jahren noch sehr viel höher. Aber für Gründer ist das eine wichtige Information, dass deine Krankenversicherungsbeiträge niemals unter ein gewisses Level fallen können. Das heißt, du hast einen Mindestkrankenversicherungsbeitrag. Und wie hoch der ist, das berechnen wir am besten einmal anhand eines Beispiels. Und zwar nehmen wir da das Mindesteinkommen, also die 1.178,55 € und von diesem Mindesteinkommen nehmen wir dann 14 %. Das ist die Basisabsicherung ohne Krankengeld. Wir wollen ja ausrechnen, was der niedrigstmöglichste Satz ist. Und dann nehmen wir natürlich nicht das Krankengeld, sondern die 14 %. Und dann schauen wir, was der niedrigste Zusatzbeitrag bei Krankenversicherungen ist. Der ist aktuell im Jahr 2024 bei 0,9 %. Das heißt, der niedrigstmögliche Krankenversicherungsbeitragsatz sind 14,9 %. Und dann rechnen wir 14,9 % von den 1.178,33 €. Das sind 175,57 €. Das heißt, alle von uns zahlen mindestens 175,57 € für die Krankenversicherung, wenn wir selbstständig sind. Selbst wenn wir in einem Monat mal nichts verdienen sollten, einen Verlust machen oder nur 100 € verdienen, wir zahlen immer mindestens 175,57 €. Diese Grenze gibt es aber nicht nur nach unten, sondern auch nach oben. Das gibt es übrigens auch bei Angestellten. Das heißt, wenn dein Einkommen über eine gewisse Grenze hinausgeht, dann steigen deine Krankenversicherungsbeiträge auch nicht weiter. Das heißt, es gibt einen maximalen Beitrag, den du an Krankenversicherung zahlst. Und ob du denn 1 Mio. € mehr oder weniger verdienst, ändert denn an der Höhe deiner Krankenversicherungsbeiträge gar nichts mehr. Und diese Beitragsbemessungsgrenze, das ist das maximale Einkommen, was bei der Krankenversicherung berücksichtigt wird, ist übrigens der gleiche Satz wie bei Angestellten wie für Selbstständige. Der beträgt 5.175 € pro Monat. Das heißt, wir nehmen mal, um den maximalen Satz auszurechnen, die 5.175 €. Und davon nehmen wir jetzt natürlich, weil wir wollen es uns ja gut gehen lassen, einmal den Basisbeitrag für Krankenversicherungen und natürlich das Krankengeld. Das heißt, wir nehmen die 14,6 %, die wir maximal zahlen. Dann schauen wir, was ist der maximale Zusatzbeitrag zu einer Krankenversicherung. Und der ist Stand jetzt heute 2024 bei 2,7 % Zusatzbeitrag für die Krankenversicherung. Das führt dazu, dass wir einmal 14,6 % und einmal 2,7 % von 5.175 € nehmen und dann landen wir bei monatlich 895,28 €. Das ist der maximale Beitrag, den man als Selbstständiger ja heute für die Krankenversicherung zahlen kann. Ungefähr 900 € im Monat. Doch wie wird das eigentlich berechnet? Wir als Selbstständige haben ja keine Gehaltsabrechnung. Wir wissen ja noch gar nicht, wie viel Geld wir verdienen. Und die Krankenversicherungsbeiträge werden tatsächlich auch vorausfällig. Das heißt, den Krankenversicherungsbeitrag für Juni 2024 zahle ich am 1. Juni 2024. Es ist also nicht nur so, dass ich als Selbstständiger sehr schwankende Einnahmen habe, sondern ich muss ja wissen, was ich in den nächsten 30 oder 31 Tage verdiene. Das weiß ich in der Regel natürlich noch nicht. Und deswegen muss das Ganze geschätzt werden. Das heißt, die Krankenversicherung wird dich am Anfang fragen, was du erwartest einzunehmen. Und basierend auf dieser Schätzung werden dann deine Beiträge festgesetzt. Das bedeutet allerdings auch, dass es nochmal eine nachträgliche Rückabrechnung gibt, also eine Abschlussrechnung. Und wenn du laufend zu wenig gezahlt hast, dann gibt es nochmal eine ordentliche Nachzahlung. Wenn du aber laufend in den Monaten zu viel gezahlt hast, dann bekommst du auch eine Erstattung von der Krankenversicherung. Wie passiert das Ganze? Naja, du musst einmal im Jahr einfach deinen Einkommensteuerbescheid einreichen. Und basierend auf dem Einkommensteuerbescheid werden dann ja die Beiträge festgesetzt. Übrigens, wenn du auf das Schreiben, was du einmal im Jahr von deiner Krankenversicherung bekommst, nicht antwortest, dann schätzt die Krankenversicherung einfach dein Einkommen. Und da bist du ehrlicherweise relativ zügig im Höchstbetrag. Das heißt, dann kannst du davon ausgehen, dass du ziemlich bald ungefähr 900 € an Krankenversicherungsbeiträge pro Monat zahlst. Wenn du sowieso so viel verdienst, dann kann dir das eigentlich auch fast egal sein, aber wenn du weniger verdienst, dann sind 900 € im Monat für die Krankenversicherung halt auch wirklich viel und tun auch finanziell weh. Deswegen mein dringender Appell an dich, bitte antworte auf diese Briefe, die du von der Krankenversicherung bekommst, und schick ihnen halt deinen Einkommensteuerbescheid. Das Ganze bezieht sich jetzt natürlich nur auf die gesetzliche Krankenversicherung. Du hast aber, wie ich eingangs gesagt habe, als Selbstständiger die Möglichkeit, auch jederzeit in eine private Krankenversicherung zu wechseln. Und die private Krankenversicherung berechnet sich grundsätzlich anders, und zwar einfach basierend auf den Leistungen, die du in Anspruch nimmst. Das heißt, die Berechnungsmethodik von einer privaten Krankenversicherung ist eher so, dass sie schauen, welche Versicherung du möchtest, also welche Leistungen müssen in welcher Wahrscheinlichkeit bezahlt werden, und darauf werden dann Versicherungszahlungen fällig. Und das ist vollkommen unabhängig davon, wie viel du verdienst. Das heißt, du zahlst deine Beiträge nur basierend auf dem, was du ja in Anspruch nimmst an Leistung oder potenzieller Leistung. Wie hoch da die Beiträge bei der privaten Krankenversicherung sind, ist unfassbar schwer vorherzusagen. Das ist sehr abhängig von deinem Gesundheitszustand, von den Leistungen, die du auswählst und so weiter. Deswegen kann ich da dir jetzt keine pauschalen Aussagen geben. Was man so grundsätzlich sagen kann, ist, wenn du relativ wenig verdienst, dann ist die private Krankenversicherung ja fast immer teurer als die gesetzliche Krankenversicherung, weil es bei der gesetzlichen Krankenversicherung so ein Solidarprinzip gibt. Wenn du ein hohes Einkommen hast, zahlst du in der privaten Krankenversicherung aber ganz häufig weniger als in der gesetzlichen, also weniger als die ungefähr 900 € im Monat, und hast gleichzeitig mehr Leistung. Weil du wählst ja aus einem Leistungskatalog aus, mal abgesehen davon, dass die private Krankenversicherung da meistens auch günstiger ist, aber du bekommst auch die Leistung, für die du dich ja selbst entscheidest. Und ehrlicherweise ist deswegen rein finanziell gesehen die private Krankenversicherung bei hohem Einkommen eher günstiger. Um herauszufinden, wie teuer eine private Krankenversicherung für dich ist, empfehle ich dir wirklich, einfach mal eine unzählige Rechner im Internet auszuprobieren, da einfach mal deine Daten einzutragen und einfach mal zu vergleichen. Das kann ich so pauschal in einem Video jetzt nicht machen. Ich möchte dir aber nochmal zwei Gedankenanstöße mitgeben, bevor du jetzt sofort losläufst und private Krankenversicherung mit der gesetzlichen Krankenversicherung vergleichst. Und zwar erstens, der Wechsel in eine private Krankenversicherung ist wahnsinnig einfach. Der Wechsel zurück in die gesetzliche Krankenversicherung, der ist wirklich schwierig. Und normalerweise ist es so, dass wenn wir alt sind, in Rente beispielsweise, dann ist unser Einkommen niedriger. Wenn du dann aber in einer privaten Krankenversicherung bist, dann bist du zumindest häufig in einer Art Falle gefangen. Weil als alter Mensch hast du wenig Einkommen, bist aber tendenziell eher in einer höheren Risikoklasse. Das heißt, du bist häufiger krank und musst mehr Leistung in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass im Alter ganz, ganz häufig die gesetzliche Krankenversicherung günstiger ist. Der Wechsel zurück in die gesetzliche ist aber, wie gesagt, relativ schwierig. Für dich ist das also eine Art Abwägung. Wenn du den Weg in die private Krankenversicherung gehst, dann erhöhst du dein Risiko, im Alter hohe Beiträge zu haben oder höhere Beiträge zu haben. Was ja aber kein Problem ist, wenn du das weißt, dann kannst du ja deine Ersparnisse, die du jetzt in den nächsten Jahren hast, zur Seite legen für die späteren höheren Beitragszahlungen. Also das musst du dir einfach nur bewusst sein. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt, und jetzt erzähle ich einfach, wie ich selber versichert bin. Ich bin selbst in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert, obwohl ich nach den Beiträgen weniger zahlen würde in der privaten Krankenversicherung. Warum? Weil es in der gesetzlichen Krankenversicherung so etwas wie Familienversicherung gibt. Das heißt, meine Kinder sind über mich mitversichert und tatsächlich zum Teil oder zeitweise auch meine Frau. Das bedeutet, unterm Strich hatten wir in unserer Familie in der Vergangenheit zumindest Zeiten, wo wir genau einen Verdiener hatten, aber vier Versicherte hatten. Und dadurch erhöht sich mein Krankenversicherungsbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht. In der privaten Krankenversicherung hätte ich dann vier Beiträge zahlen müssen. Wenn du Familie hast, Kinder hast, die über dich mitversichert sein sollen, dann kann es tatsächlich dazu führen, dass die gesetzliche Krankenversicherung erheblich günstiger ist. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir einen ersten groben Überblick über das Thema Krankenversicherung geben. Ich drehe zu dem ganzen Thema gerne auch noch weitere Videos, denn da gibt es wirklich noch viele Dinge zu beachten. Wenn du da schon ganz konkrete Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ich versuche dir gerne in den Kommentaren zu helfen, aber ich nehme natürlich auch das Feedback gerne auf, um auch nächste Videos zu drehen. Ansonsten habe ich eine ganze Reihe an Empfehlungen von Buchhaltungsprogrammen, Rechnungsprogrammen, Steuerberater usw. Alle meine Empfehlungen findest du unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir gerne aber auch hier. Meine dringendste Empfehlung ist sowieso, diesen Kanal zu abonnieren, damit du immer auf einem Laufenden bleibst, oder du schaust dir einfach direkt eines der nächsten Videos an, z.B. das hier oder das hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.